Am anderen Satz, der vorhin ist vorbei. Ich habe einen ganz netten Teil. Ich bin hier noch mal ein bisschen zu am Pett. Das war ein nettes Nachbarn, die kamen ja auch das östlich. Und die sind noch zwei Hinterzeiten, die sind noch mal ein Tick da. Kannst du auch mit Kaffeln oder so? Nee, nee, nee. Kaffeln kann es nicht. Aber der Busverband hier importiert. Das wurde auch rege genutzt. Der hat das aufgeräumt. Aber die Warte ist das Kühl schon von da. Ja, dann zeig ich da gut. Ja, also ich müsste jetzt ausgarten. Nächste, ich jetzt nicht noch mal. Damit ich bin da nicht. Das ist ja voll schwach. Ich muss dann die Warte, das ist dann auch so. Und da, das ist ja mal da zu von den Orte und Klapp, die man hier aufgeräumt. Ich muss dann noch die Kälter fahren. Ich muss dann hier im Dorf fahren. Ich muss die hier oder an, wie bei der bei der bei der da. Ja, ich muss es ja mal zum Beispiel machen. Ich muss jetzt mal kurz machen. Jetzt muss ich es mal kurz was gesagt. Erkort. Der Rest ist das Kontentwickupfahnen wie das so. Nein. Aber auch ich stehe. Unser nächster Halt ist Köln Hauptbahnhof. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Unser nächster Halt ist Köln Zentral Station. Bitte zu rechts. Danke für die Deutsche Bahn heute. Auf Wiedersehen und Auf Wiedersehen. Köln Zentral Station Köln Zentral Station Köln Zentral Station